Hey Leute! Es ist an der Zeit, eure Produktivität mit ein paar coolen neuen Gadgets zu steigern. Dieses Mal rüsten wir euch aus, als wärt ihr James Bond auf einer weiteren Mission. Ein paar coole Sachen, um die Gespräche und Versammlungen der Bösewichte aufzuzeichnen und ein paar coole Rüstungen für epische Schlachten. Alle Links zu den Produkten findet ihr in der Beschreibungsbox. Los geht's! Alles Neue ist eigentlich gut vergessenes Altes. Dieser verstellbare Schraubenschlüssel ist von einem fast 100 Jahren alten Patent inspiriert. Der leichtgängige und zufriedenstellende Schiebemechanismus macht es extrem einfach, die Klemmgröße einzustellen. Dank der automatischen Verriegelung werden die Backen wirklich festgehalten. Der Schraubenschlüssel ist aus rostfreiem Stahl, eloxiertem Aluminium und Karbonstahl gefertigt, die eine außergewöhnliche Haltbarkeit garantieren. Oh, und es ist nicht nur ein Schraubenschlüssel. Drehe das Ding einfach um und verwandle es in einen Flaschen- oder Dosenöffner. Du könntest es auch als Spielzeug verwenden. Das Werkzeug ist ziemlich kompakt, sodass du es problemlos in deiner Tasche mitnehmen kannst. Oder hänge es einfach an deinen Gürtelhaken. Es ist schwer, jemanden mit einem Schweizer Armeemesser zu beeindrucken, aber wir versuchen es trotzdem. Sieh dir das größte multifunktionale Taschenmesser aller Zeiten an. Dieses Ding hat es tatsächlich in die Guinness World Records geschafft. Das Messer ist 23 cm dick und beinhaltet 87 Werkzeuge. Das ist buchstäblich jedes Werkzeug, das jemals in solchen Messern verwendet wurde. Von 14 Klingen bis hin zu einer endlosen Menge an Schraubendrehern, Schraubenschlüsseln und all dem. Dieses Messer ist so komplex, dass es nur von Hand zusammengebaut werden könnte. Aber natürlich ist es im Grunde nutzlos und wirklich leicht zu verarschen. Einige Rezensenten auf Amazon haben angemerkt, dass das Messer ihnen ganz von alleine ein neues Haus gebaut oder ihren LKW restauriert hat. Andere haben sich plötzlich auf dem Mond wiedergefunden oder einen Atomkrieg ausgelöst, indem sie das falsche Werkzeug herausgezogen haben. Also wird diese Version wahrscheinlich ein bisschen sicherer in der Anwendung sein. Obwohl es viel kompakter ist, verfügt dieses Messer immer noch über 80 Funktionen. Außerdem hat es ein eingebautes Display, das als Timer, Barometer, Thermometer und Uhr dient. Das sollte mehr als genug sein. Für CSGO-Fans gibt es nur eine Art von Schmetterlingen. Die Messer. Und jetzt kommen sie aus dem Spiel in die reale Welt. Das erste, was dir auffallen wird, ist die riesige Auswahl an bunten Skins, die sowohl die Klingeln als auch die Griffe bedecken. Da fällt die Wahl sicher schwer. Der Öffnungsmechanismus ist so leichtgängig, dass du es tatsächlich mit einer Hand öffnen kannst. Der verstärkte Federverschluss sorgt dafür, dass sich das Messer nicht versehentlich öffnet. Mit Klingen aus rostfreiem Stahl und Griffen aus einer Zinkligierung sind die Messer rasiermesserscharf und robust, wie man es erwarten würde. Dank des abnehmbaren Griffs kannst du die Klinge jederzeit austauschen. Und obendrein ist im Lieferumfang eine schöne Scheide zur Aufbebauung und zum Transport enthalten. Ein normales Schlüsselbund zu tragen ist aus mehreren Gründen extrem unpraktisch. Zu sperrig, zu laut, zu unübersichtlich. Aber zum Glück gibt es eine clevere und innovative Lösung. Dieser elegante Schlüsselorganizer sieht aus wie ein Schweizer Taschenmesser. Er ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, was ihn extrem langlebig macht und ermöglicht die Aufbewahrung von bis zu 8 Schlüsseln. Es ist viel einfacher, den richtigen Schlüssel zu finden, wenn du ihn brauchst. Das Hinzufügen eines neuen Schlüssels erfordert ein einfaches Abschrauben. Du kannst die Vorrichtung auch nutzen, um ein USB-Stick oder anderes Zubehör zu transportieren. Mit einer zusätzlichen Schlaufe kannst du auch Autoschlüssel und Schlüsselbänder befestigen. Das ist das, was wir alle brauchen. Diese tragbare Stichsäge ist ein ultimatives Gartenwerkzeug. Mit ihrer hohen Kettengeschwindigkeit schneidet sie kleine Äste, Sträucher und Bretter mit Leichtigkeit. Dieses Ding verwendet einen wiederaufladbaren Akku, der einen kabellosen Einsatz für 25 Minuten am Stück ermöglicht. Es gibt eine hintergrundbeleuchtende Anzeige, die dir den Akkustatus anzeigt. Durch das geringe Gewicht und den ergonomischen rutschfesten Griff liegt die Astschere sehr gut in der Hand. Trotz einer enormen Leistung macht das Ding nicht viel Lärm. Wenn du die Kette austauschen musst, ist das schnell und ohne zusätzliches Werkzeug erledigt. Und hier ist ein weiterer kleiner Kerl, der dir bei verschiedenen Aufgaben helfen wird. Eine kompakte und leichte Säbelsäge. Mit ihrem schnellen und kraftvollen Motor schneidet sie auch durch die härtesten Materialien, egal ob Kupfer- oder Trockenbauwände. Das integrierte LED-Licht erleichtert die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Säge verfügt über einen variablen Geschwindigkeitsschalter und eine Schaltsperre für die Sicherheit. Das Wechseln des Sägeblattes ist eine Sache von Sekunden. Alles was du brauchst, um dich wie ein allmächtiger Superheld zu fühlen, ist ein massiver Stulpenhandschuh. Mit seinem minimalistischen, futuristischen Design sieht diese Rüstung aus, als wäre sie von Tony Stark gemacht worden. Die integrierte LED-Paneele und die transparente Mittelkammer tragen zu diesem tollen Design bei. Außerdem unterstützen die Lichter zwei verschiedene Farben, blau und orange. Mit dem Kippschalter am Handschuh kannst du die Lichter schnell einschalten und den Farbmodus ändern. Die Stulpe ist handgefertigt und besteht aus robustem Kunststoff und Aluminium. Es gibt ihn nur in einer Größe, die fast jedem passt. Da das Gadget batteriebetrieben ist, musst du dich nicht um das Aufladen kümmern. Als Superheld hast du schließlich andere Dinge zu tun. Bei traditionellen Notizbüchern aus Papier besteht immer die Gefahr, dass man eine Tasse Kaffee darauf verschüttet. Das ist ein Albtraum. Hier sind einige innovative Notizbücher, die für so ziemlich alles bereit sind. Sie bestehen aus einem speziellen synthetischen Papier, das sowohl reißfest als auch wasserdicht ist. Du kannst sie buchstäblich in Wasser ertränken, ohne dass deine Notizen in Gefahr sind. Selbst Säure wird keinen Schaden anrichten. Ansonsten unterscheidet es sich nicht von einem guten alten Papier, das mit einem Punktgrafikmuster überzogen ist. Außer, dass dieses Papier keine Tinte aufnimmt, also solltest du besser Kugelschreiber und Bleistifte verwenden. Es gibt viele Optionen, die sich in Größe, Farbe und Anzahl der Seiten unterscheiden. Es gibt sogar ein spezielles Reporter-Notizbuch, das du einfach mit einer Hand halten kannst, während du mit der anderen schreibst. Dieses Gadget wurde entwickelt, um dich in jedem Notfall in Sicherheit zu bringen. Zuallererst beinhaltet es eine helle Taschenlampe. Der Stroboskop-Modus ist besonders nützlich, wenn du um Hilfe rufst. Oder du kannst das Ding benutzen, um eine laute Sirene zu aktivieren. Außerdem fungiert es als Powerbank, sodass du dein Handy immer aufladen kannst, wenn es wirklich wichtig ist. Das Gadget ist so kompakt, dass du es an einem Schlüsselband tragen, in deine Tasche werfen oder den integrierten Taschenclip verwenden kannst. Du solltest auch diese tolle Karabiner-Taschenlampe in Betracht ziehen. Sie glänzt mit über 550 Lumen Helligkeit und einem robusten Titangehäuse. Und wenn du etwas Kraft brauchst, benutze einfach die scharfe Spitze. Wenn du noch eine freie Tasche in deinem Portemonnaie hast, ist dies die beste Möglichkeit, sie zu füllen. Triff die Toolcard. Die schlankste Kombination von 40 Werkzeugen in einem. Sie ist so groß wie eine normale Kreditkarte und wiegt nur 28 Gramm. Aber diese hier ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, sodass sie wirklich schwer zu brechen oder zu verbiegen ist. Was die Werkzeuge angeht, so gibt es jede Menge davon. Ein dutzendmetrische und züllische Schraubenschlüssel, Drahtschneider, Kreuzschlitz und Schlitzschraubendreher, der Flaschenöffner und das Lineal sollten nicht weniger nützlich sein. Ein weiteres tolles Feature ist die abnehmbare Geldklammer, die Bargeld und mehrere Karten aufnehmen kann. So brauchst du vielleicht nicht einmal ein Portemonnaie. Dies ist definitiv der stylischste Bohrer aller Zeiten. Er ist so kompakt und leicht, dass du ihn für einen Stift halten könntest. Und er ist auch nicht schwieriger zu bedienen. Einfach den Knopf unter deinen Daumen drücken und halten. Der Bohrer kommt mit 8 austauschbaren Bits. Mit diesem kannst du Holz, Kunststoff, Aluminium und viele andere Materialien bearbeiten. Dank des Vollaluminiumgehäuses und der einmaligen Formgebung ist dieses Ding so glatt und robust, wie es nur geht. Er wird über einen USB-C Anschluss aufgeladen und arbeitet etwa 2 Stunden mit einer Ladung. Erstaunliches Gerät! Ein guter Voice Recorder ist unverzichtbar, wenn du etwas aufzeichnen musst. Egal ob es eine Vorlesung, ein Konzert oder einfach nur eine verrückte Idee ist. Dieses Ding ermöglicht Surroundaufnahmen innerhalb 50 Meter Reichweite. Dazu braucht es nur einen Knopfdruck. Das Gerät hat im Grunde die Größe eines Feuerzeugs, sodass es leicht in deine Tasche passt. Es gibt 8 GB internen Speicher, das mit einer TF-Karte erweitert werden kann. Alle deine Aufzeichnungen werden automatisch benannt und klassifiziert, sodass du immer genau die finden kannst, die du brauchst. Und wenn du dir Sorgen um die Sicherheit machst, kannst du einfach ein Passwort festlegen. Darüber hinaus unterstützt dieses Ding zwei Aufnahmeformate, MP3 und WAV. Er verfügt über einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung sowie einen Kopfhöreranschluss. Du kannst ihn sogar als Player verwenden. Wenn es um Selbstverteidigung geht, sollte ein taktischer Stift nicht weniger nützlich sein als ein Messer. Diese Option zeichnet sich durch ein besonderes, sauberes und klassisches Design aus. Und das Wichtigste, das Werkzeug ist aus einer ultra starken Titanlegierung gefertigt. Durch die flachen Kanten liegt der Stift sehr gut in der Hand, auch wenn er nur zum Schreiben benutzt wird. Außerdem verfügt du über einen intrigierten Taschenclip, der den Stift fest an deinem Hemd oder deiner Jacke hält. Wenn du diesen Stift etwas ausgefallener haben möchtest, gibt es eine coole Farbverlauf-Version. Das ist die Art von Werkzeug, die stylisch und robust zugleich ist. Das hier sieht aus wie ein weiteres tragbares Diktiergerät. Aber dieser kleine Care kann tatsächlich sowohl Audio als auch Video aufnehmen, je nachdem welchen Modus du wählst. Mit dem Schieberegler auf der rechten Seite kannst du ganz einfach zwischen beiden Modi umschalten. Die LED-Anzeigen zeigen dir, welcher Modus aktiviert ist. Die Videoauflösung variiert zwischen den Modellen, daher solltest du dich lieber für die HD-Version entscheiden. Der eingebaute TF-Kartenslot ermöglicht bis zu 32 GB Speicherplatz. Außerdem kannst du das Gerät direkt an dein Android-Telefon oder deinen PC anschließen, um Daten nahelos zu übertragen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 5 Stunden bei kontinuierlicher Videoaufnahme. Nicht schlecht für etwas von der Größe deines Autoschlüssels.